Vicky? Versteck dich nicht hinter den Pferdchen! Wo ist das Pferdchen? Ach hier? Jaa Wo bist du denn? Tja, wenn du das wisstest Ach da oben? Chatto! Wo ist denn der? Na? Ey! Ok Niklas ist tot, Niklas ist tot Hä? Niklas ist gestorben Auf die Pferdchen Jetzt! Geil! Hallo! Hi! Ich spiel auch mit Mit dabei ist Kami Iron Gaming Bobo, Shiki, Rainer Bobo, Rainer Kendo Und Inke Inke ist es Ich bin Traitor Boopo 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 Rainer ist doch für die Tanktap, oder? Boopo Golden Siegel, warte Du hast doch keine Goldiegel, du Depp Ach du bist hinter mir! Leute, hast du dich jetzt erst? Du da! Du da aufm Stuhl, bleib mal stehen Chatto, geh mal aufm Stuhl Du bist mein Zeuge Nein! Ich kann jetzt geschobst Ich bin Nigel die alle erster das war mit nach vorne bei der Welt der gestellte der Reise nach vorne ich hätte das 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 ist geschossen kompetent als wer mit bei den Niklas das Pugen Eke an mir jemand Leute haben Teleport gar nicht das ich habe ein Weck gehabt im Mauer es schreckt ich habe falsch haben bekommen noch 52 ich habe mich verschenken will jemand einfach runterwerfen hier kannst du so rüberschießen das war mein über die verbindung der glatt besten hier rüber auch hier ja hier werfen bitte da ist jemand als jemand erhört oben auf dem bürger gestellt kommen nach vorne ich bin ich bin als shadow shadow ist angehittet Aua erdebung um unsichtbare Flammen unsichtbare Flammen was für Flammen hast du im Kopf Ingo äh der der gerade hinter der Tür ist hinter der großen Tür Ingo hinter der großen Tür hast du Ingo lebt noch? lebt nur noch aber Ingo ist es Shadow wurde gerade getötet vor meinen Augen Ingo ist nie der Ingo ist erzählt dass es shadow gewesen sein Shadow ist draufgegangen oder Shadow hat jetzt jemanden getötet? Nein Shadow ist draufgegangen gib mir deine Waffe Ingo vor meinen Augen Ingo gib mir deine Waffe Ja wie und warum hast du ihn nicht confirmed? weil ich ganz woanders bin weil ich hier oben bin Achso achso sag das doch Guck in der hier liegt doch eine Waffe Ja wo soll ich das denn wissen? Wir haben ja dann da unten Ingo Viva und Ich kann es nicht sein ich laufe die ganze Zeit mit dem Detektiv hier rum ich habe sogar meine Waffe ihm gegeben Ja Ahnung Da oben kommt jemand Ja bei mir ruckelt es gerade äh Schickei Nein bei mir da ruckelt es ich habe nichts gemacht Wenn du mir jetzt irgendeinen Mord in die Schuhe schiebst ne Ja ich vertraue dir sowieso nicht das weißt du Ja das weiss ich aber Schickei Ja komm verpiss dich Rainer Verpiss dich einfach Ich baue keine Waffe Wieser Vogel ey Ich bin nicht mit dir weg Du mieser Vogel Da gibt es ja kaum Waffen hier ey Ich finde es nicht gut Schickei Ach ich war gerade am trinken kaufen ey Arschloch Oh ey Danke für den Melon Launcher Ja Melly sorry Das war voll Hab ich dich nicht getroffen? Du hast mich getroffen aber äh Wieso warst du nicht tot? Das war ein Headshot Ja passiert ne Och Melly jetzt hätte ich lieber Niklas töten können ey Ey das war ein Headshot und der ist nicht gestorben Ja Wer kann wer kann Ach Melly Der cheatet voll Ja genau wie du auch Aber immerhin hab ich Rainer weggemacht das war es mir wäre Ey Ich schwör dir der hasst dich Ich weiss Deswegen ist es ja so lustig Und wenn ich das einziest was ich jetzt erreichen werde ich in jeder Runde Ich wette zu tun Hahaha Oh Mann Das ist ein Wortversuch Wer ist geliebt denn hier? Mit dass Rainer eliminiert wird Das soll weg Das soll weg Rainer komm schon Rainer ist Rainer ist Ich bin mitten im Raum Rainer Rainer ist neben mir Rainer Du bist die Tickte Hedo Niklas Hedo Ich muss weg Ich muss weg Rainer Okay komm Drück ab Junge Drück ab Junge Oh ist einer runtergelaufen Rainer ist wer tot Drück ab Junge Drück 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 ab Drück Dann geh ich halt In den Rücken wird mir nicht geschossen Fick mich Rainer Da liegt ne Leiche rum Rainer wir wissen es beide dass ich Steak bin Ich weiss Ich überleg nur ob es mir trotzdem wert ist Niklas ist von euch Ein Raum Klettern Leute rum Einfach zu sterben oder was ist es hier Guck dir die an Hier Hier kommt wer von Deiner Zufall Bei der will ich das testen Bei der will ich das testen Oder hinter dir Der ist mit der Schotten Warum bei mir? Ich bin hier doch gerade Geh doch weg man Ich hab ne Golden Eagle Ich will dir nichts tun man Geh weg Was wollt ihr von mir? Ich hab auf dich geschossen und auf die und beide Schüsse haben nichts gemacht Du hast noch nicht getroffen Du hast noch nicht getroffen Dingo macht wegen dir Ein großes Error Hä? Ich hab Nein ich bin tot Warum springt ihr auch da runter? Seid ihr dämlich? Wo ist denn der? Da ist ne Leiter Ach da oben ist der Detective? Da ist ne Leiter da kann man ran springen Ja ich weiß Ich würde da sterben wenn ich da dran springe Da hinten ist noch wer? Wer lebt denn überhaupt noch? Geh so holen Jetzt geh so holen also bitte weggehen Man sieht euch nämlich gar nicht Iron zieht auf mich Wenn ich vielleicht nicht mehr rede Ach da hinten neben Iron nicht noch jemand so Ja das ist Das macht Iron nicht mehr schicke Über schicke liegt der Hey was machst du Iron? Wir müssen aber aufs Hinkommen Ach das ist Bobo dann der der da schon rumgeschrien Er fällt runter Tochter natürlich Hello Kitty Oh süß Tüß Hast bei dir auch ein bisschen rüber geschwungen? Ja Komm 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 Ihr schießt der Oh Gott erschreckt mich doch nicht Detective Macht man nicht In das Dreifer geht das Hallo Hello Ähm Ja was ist denn? Hast du grad unter mir ne Bombe geplantet? Äh nein Bekloppt? Ich glaube Shadow ist Traitor Ich hab auf einmal ein Piep unter mir Piep Wo denn? Wo ist Wo ist der denn? Wo bist denn du? Dingo welche Waffe hast du? Ich glaub die warte Fiki ich komm in meine Mitte wo bist du Fiki wo bist du? Fiki wo bist du? Fiki Das ist Fiki wo bist du? Fiki wo bist du? Fiki wo bist du? Fiki wo bist du? Jawohl Wer hat ne MK? ich habe eine shotgun also eine eine pump shotgun habe ich sucht eine mk und mit weniger munition falls er noch umliegt wir benutzen so ein dreck der trainer ja toll das weiß ich jetzt dank dir auch es gibt noch zwei wohl also mit mir noch ein inno reiner weißt dass ich es nicht bin ja ich will auch sich ist ja dann machen wir einmal da macht ihr aber ein weg der marken nur weg und das machen wir uns da sein muss im vorgesehen hat er nicht geschenkt weil du mich abgebildo leid wir ohne spaß das ist ja schließlich mal auf das hieß dass wir uns verlieren sollte und auch Zellung wieder runtergefallen der Scheiße und Reiner ich war es nicht weil du die Teckte fährst das war ja auch das klingt das heißt wenn ich in und bin kann ich dich tüten als Aure und zu Kauern wenn ich in der Welt zu Kauern und auch Reiter Fick dich und war und so wenn du mich einfach tötest war es wenn du mich das ist so eine alte schrotflinte da hat sich wer erschrocken du penner alter wer war das hast du den ventilator angeschossen ja ich wollte eigentlich irgendwo ist bei mir ja Rainer bist du traiter gut dann mach ich Rainer weg ich mach Rainer weg wenn ich ihn seh ich mach Shiki weg ich helfe Shiki Hallo ja warte Ingo warte der neben dir ist es ich hab ich hab gar nicht geschossen lol warum bin ich jetzt hier oben haha wie dort auf den Portgang der GmbH Rainer nein komm Hiki komm Rainer wie hier leben hast du noch ich hab nicht mehr Föber ich möchte bitte dass das abgesegnet ist wenn ich ihn abknall ok und wenn er mich abknallt nö ich ich mach gar nichts also warte 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 Niklas lässt mich ähm Confirm Niklas ich hab mich geschossen Boah Niklas Was? Niklas schieß auf mich in 3 2 1 Scheiße nein siehs nicht Boah wo bist du? Boah Rainer du bist es Boah diese Heidemkoschse ich hab nicht getroffen 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 Boah Boah Ey Rainer Boah Boah Ich muss Schicky gehen Ich muss Schicky gehen Warns noch kein Teleportgerneum mehr Britte bringt ein Traitor um ich brauch die Portion Keine Ahnung Sehe dich Rainer Da oben ist Schicky Da oben ist Schicky Er sei dass er auf dich geschossen hat Niklas Nein Rainer da oben Äh ne Hallo hört auf Machen weg ja Alter Niklas schießt echt auf mich Ingo ist auch gut wenn den Niklas ich weiß auch nicht ich muss auch tot ich hoffe es war ein aber traiter das ist gut mannig das ist auch ich habe mir ein glas das war auch auf mich der ingo so nicht ein kleines war die paar ausnahmerunden und jetzt glaube ich Schicke? Ja? Machen wir heute wieder ne nukleare Jagd. Mhm. Wiesen. Was für eine Sprechfunktion, Melly? Im Spiel drin. Meinst du bestimmt. Werd morgen auch frei? Ja, ich hab Urlaub. Ich hab Freitag frei. Ich hab Urlaub. Freier einfach so. Ich hab ein Leder-Schwert. Ich geh ab. Ja auch. Ich hab Urlaub. Ich geh rein auf. Ich geh rein auf. Ich geh zum Beispiel, wenn man Traitor ist. Dann. Ähm. Glaub nits. Glaub nits. Rheiner. 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 Jungs, wir zum dritten Mal hintereinander. Rheiner, ich wisst es, oder? Wie funktioniert das denn? Scheru segnet das ab. Komm, du wisst es. Warte, warte. Ich hab auch keine Waffe. Ich glaub mit, äh, shift. Glaub ich. Ich glaub dir. Ey, Rheiner. Bitte auf Entfernung bleiben, ja? Ey, wer schießt auf mich? Ich hab noch frisch geschossen. Neklas ist bei mir. Okay, es war einer von den zwei Neklas, oder? Ingo. Ingo. Oh, wenn du es wirklich nicht bist, oder wenn du es wirklich nicht bist, oder wenn du es bist und wie ich jetzt einfach geschossen bin. Oh mein Gott, hier oben ist gerade wer in den Lüftungsschacht. Oh, da hinten irgendwo geschossen. Ich glaub dir nicht. Ja. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Geh weg. Ja, hinten. Ja, warte. Ja, ja, da hinten. Ja, ja, da hinten. Ey, der kommt doch schon weg. Was? Ey, wir kommen nicht runter. Irgendwer hat mich hier importiert. Also, hier oben schießt gerade wer. Ja, ich glaub einfach runterdrücken. Wir wollen gestern hinter mir. Toll. Sticky runter. Hört damit. Macht was? Boah, ich dachte hier. Ey, du doch. Ist das, Mann. Hey, was machst du doch? Äh, laufen. Die Ohren haben irgendwer geschossen. Warte, warte, warte. Shadow, schießt auf mich in 3, 2, 1, jetzt. Ja, ich kann mir nicht runter. Was ist denn das? Wieso seid ihr da oben alle verwundet? Shadow, was hab ich gesagt? Seid auf mich schießen in 3, 2, 1, jetzt. Ich hab noch nicht meine Verleihung gemacht. Ich hab noch nicht meine Verleihung gemacht. Das war ein Detective Befehl. Er ist zu beachten. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Versteckt er sich hinter den kleinen Ponys? Vicky, versteck dich nicht hinter den Pferdchen. Wo sind Pferdchen? Ach, hier. Ja. Wo bist du denn? Tja, wenn du das wisstest. Ach, da oben. Shadow. Wo ist denn der? Ey! Okay, Niklas ist tot, Niklas ist tot. Hä? Niklas ist auch gestorben. Die Pferdchen. So. Niklas ist tot. Also Niklas schonmal als Zeug. Missing und Shadow könnt ihr auch als Missing machen. Wo, wo? Warum lacht Niklas so? War er Traitor? Warum ist er tot? Hast du ihn getötet? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab lieber anders getötet. Den hast du denn jetzt getötet? Das ist kein Mensch, confirmed. Oh, Shadow. Es lieb noch. Scheiße. Shadow, weg! Shadow. Shadow. Shadow ist es. Ingo, hilf mir! Wo denn? So. Da sind alle schon tot. Denn soll doch nicht sein, oder? Hallöchen. Hallöchen. Wo ist er denn? Gibi. Ja? Wie? warum redest du nicht wenn ich sage überlebte noch ich habe gesagt habe ich denke Scherl ist es junger Vertreue nicht ja 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 ich bin ich bin ich bin ich was ist denn wenn ich bin ich bin ich das ist also Neuerung hier kommt ich voll nicht drauf klar ja ich war das fast alles gut wir haben es zu verstanden Reiner Tiki er schießt Meli Ingo, steh ich nicht da? Wieso schießt du, Shiki? Alter! Ein Men in Lantern! Ingo, das war ich das, was du gesehen hast. Sack! Alter, ohne Spaß, Alter! Ey, Rainer, was war los? Du warst tot! Du krass, echt! Rainer hat schon wieder geschluckt! Du bist tot! Vorher wäre dein einziger mein Name noch gesagt. Sag dich, Shadow! Das hat nichts gemacht! Du hast mich runtergeschubst! Ich habe gerade so auf der Ecke überlebt! Und wollte dich dann einfach nur noch Rache umgelegt! Du bist tot! Warum denn? Du bist tot! Aber dass man Detektiv selbst, sozusagen, mein Tod besiegelt hat, also in Anführungszeichen. Oh, schön! Rainer, man hat erst überlegt, ob man abgedrückt hat. Ich war, glaub ich, so leid getan, hat er nicht abgedrückt. Nicht, dass es in der Zeit gibt! Nicht, dass es nicht immer bleibt, sonst! Grace, du bist tot! Der Tektivistbrüheer dann tötet T佐arch armen 노래, sobald Naomi eingegriffen und das ist ein Niklas-Befehl den muss man beachten glaube ich Reiner will es echt will es mich echt töten Reiner ich komme Reiner kommt drauf da ist die Heim immer so drauf da ist es ja 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 gerne wer ist schickig bist da ist schickig Niklas lässt du mich konfirm Niklas lässt du mich in Kiel ich habe ich habe gerade was gesagt komm mal Reiner nein Reiner hat den AK! Reiner ist es! Uhhh Alter! das ist so beknackt wie kann man mit einer Intervention dagegen ankämpfen tja Ok ja wieviel Leben jetzt noch an Warte kurz mal! Ingo! Ingo Jungs Ja Ingo ist es oder Mastikana oder ich war doch vor die Jungen, man ja und trotz kann zu sein ich hab drauf geschossen du Lohr nicht proben ich hab auch drauf geschossen ey ich hab auch drauf geschossen mit der Intervention ja das stimmt aber Ingo Ingo nicht, der ist nicht immer da, Jungs wasse ich lauf ihn nur hier rum jetzt mal das ist hier meine Kollen oder sag du mir bloß du kannst mit der Intervention direkt what the fuck was ist das? auf mich wurde geschossen das ist Ingo glaube ich nein kann man ja was sagen, vorher hat man die Klasse auch aus Versehen draufgedrückt wenn ich so angespannt bin entweder Ingo, Masti oder Shadow ich bin da dir Iron ja, er ballert mit dir ja wetten ich hab dich nicht einmal angeschossen obwohl ich jetzt so viel Zeit hätte das ist eh Ingo, glaub mir warum denn? er kommt jetzt hoch, er kommt hoch warum soll ich das denn immer? ja weil es noch 3 sind und ja und? dann genau, damit ich es halt ne? ich bin es nicht wird einfach so entschieden so ja und wenn Shadow tot ist und ich bin es nicht und Shadow und Iron hat da den Typ getötet ja hin hat die Kiste ding! Frau Reiter du musstest eskalieren ne? Alter, war selten das war mir sowas dann egal 3 Leute hab ich noch mitgenommen ok vor allem die Ingo ist es auch zu dass der mit einer AK niederknüppel ne? einfach AK rund weg damit weißt du es nicht? kein Mensch geschossen hätte mich ganz normal getötet Rainer da würde ich so wette da hat keiner geschossen ne hätte und ich hätte auch so nicht auf einen Zufall getippt deswegen nö ich hätte einfach nur nein ich als er dann immer näher kam da wusste ich eigentlich ich hätte jetzt nicht jetzt macht er mich Opa Tee ist ja nicht aber er macht mich jetzt Diegel, so, wo bist du? haa du dust mir so leid mit der G3 ich hab dich zweimal getötet jetzt reicht's du hast die Silence G3 die ist voll kacke da hab ich mich erstmal erst ab hier so Jungs, letzte Runde hast du den Mosefälle gefunden? Kami ist wieder irgendwo reingekommen voll runter stopp maaaann ich wollte doch nur was testen ich bin zu viel zu mal testen jetzt war ich die ganzen Runden dann war ich jetzt innocent du gib ihm deine Waffe Shadow wo? gib ihm deine Waffe danke sehr für die scheiß Intervention die kann mental go gib mir die Intervention wenn du die nicht haben willst was hast du für eine Waffe? ne gut hau raus ich hab gar keine noch nicht ich kann zu behalten die ist noch geknackter hier liegen noch ein paar pick da boah ich hab falsch sorry Iron aber wenn du die Waffen schon drauf ziehst mir ist egal was? oh falsch gefehlt hier die Textur das ist eklig schicky soll ich dich dann einfach töten? dafür brauchst du keine Texturen nein ich will nicht sterben ach meiner ich bin Detektiv so laut ich bin Detektiv so laut Niklas Rauers da hat mal habt ihr ernsthaft alle Waffen schon geklaut ja ich seh keine mehr ich hab auch ne huge also ich hab gar keine außer ne Pistole hier da ist ne huge na die ist scheiße wenn du jetzt noch Wünsche aufstellen hier natürlich wer schießt da denn? du bist scheiße ja egal ich hatte diese Runden auf jeden Fall schon öfter meinen Spaß mit Rainer von mir aus kann ich jetzt einfach stimmen er wird dich sowas von hassen wer hasst mich doch aber ich hab ihm gesagt er weiß halt zu viel der spielt schon zu lange mit mir ich hab kein Problem ich weiß nicht er wäre es ach so mhm Rainer dir läuft ja dein Kopf schon rodern nein da ist ne Mausefalle ey hier sind so keine Texturen in diesem Raum ich hab alles aber ich seh gar nichts alter ich hab alles ja wo bist du Ingo ich glaub hab da noch wenn das Texturen Problem ich seh gar nichts ich bin runtergefallen ich hab's aber gerade so überleben mit 14 HP ich bin auch runtergefallen bis nur noch einsechtig selbst an mir ich bin von mir in Foppen ausspielen alter hast kein Leben mehr nein nicht auf mich fielen Niklas spielt wieder mit Puppen ich hab's nicht hoch der kann auch nicht okay ja Robin ein Zufall wohl Niklas ein Zufall ist es ich bin's nicht Niklas Robit was hab ich denn gemacht ich hab grad auf Shiki geschossen ich hab nicht auf Shiki geschossen ich hab nicht auf Shiki geschossen doch er hab's ja gesehen du Low hat er wie viel Leben hast du noch 97 du hast verkrackt ich hab's ja gesehen ich hab ne Digo und ne Meg 10 mit der mach ich nicht nur 3 Schaden mit der mach ich nicht nur 3 Schaden sind doch egal Fakt ist es auf ihn geschossen AUG K.O.S. Iron Shadow Hilfe euch wir haben ne Silence AWP ich will die haben ich glaub Rainer ist es ich glaub Shiki ist es da unten liegt wer tot ist wo tot ist ja muss langsam gehen hm ach da was hast du vor mit den Leichen ne das ist wieder blöden ne äh ja hier ja aber Ingo möchte dann hat er was gegen da steht oh mein Gott Ingo spring 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 was gibt's mir dafür was gibt's mir dafür fame in der Aufnahme oh nein oh Gott er wird weggeknallt ok Rainer du bist es nicht ich bagel 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 fest du hast ihn weggeknallt hä dann ist es Rainer Rainer oder Niklas ich bin's nicht ja dann könnt ihr euch betteln ja Rainer einer von euch bald vor allem Rainer ich glaub auch dass Rainer es ist es kann doch nicht fahren jetzt bagel ich in diesen scheiß Dingster fest Dingster wo wo oben du ja diesen Aufzug der will ja nicht nur hoch in der Mitte kommst du hoch am Rand kommst du runter eigentlich ja der will so hoch gar nicht mehr warte ne hier kannst du nur hoch ja aber der will noch nicht mal da hoch ganz am Rand schnell einfach hoch sonst jungs vielleicht nochmal tschüss ich bin mal weg Angst für so mitspielen Boys raus ha ha du wixxer da hinten tschüss user this connected from your channel boah das Niklas entschuldet mich gleich dafür ja Kami hä töt den töt den 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 du neben dir steht ich war nicht er ist der letzte er ist der letzte glaub mir Kami du gehst auf jeden Fall darauf ich war nämlich Kami du bist gerade verarscht wenn du schickig laufst Kami du bist gerade verarscht Kami der ist bei dir oder ja ist er gut mehr brauche ich nicht nein mehr war es denn jetzt verdammt ja sorry Niklas ich da weil du dahinter nicht so lang ist nicht das dass du mich jetzt gerade abschließt du wirst du denn dann wirst du schauen wir zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss